da habe ich gerade sogar vorhin dieses ding gesehen was dass heute springs hat ja dieses lager weggeversetzt sollte springst es keine season 1 stadt es ist eigentlich diesen drei stadt viele denken es war eine season 1 stadt nein es ist aber leider nicht diesen drei schwarz was etwas komisches man denkt sich erst diesen einzigen ist es aber kein bisschen eins gewesen jeder müsste mir beantworten dann lucky landing also welcher season die leute mit diesen bella bella gleich von hinten weil die gäste hat da was bist du für ein spamer Ich hab's von hinten, Spelma. Ich will doch einmal in Ruhe gegen einen kämpfen. Nein! Gleich von hinten! AK! Ich hab jetzt so wenig Leben! Ich bin so armart! Damit kann er nicht! Wiener Würstchen! Nichts anderes ist der Spieler. Oder besser gesagt, ein Patrick. Jetzt kommt der ganze lange Satz vom Nightbot. Unfall. Ich hab's mitgelead. Ich hab's mitgelead. Link URL vor Teil 1. Mitgeleader Socken 2. Wurrwurmfurth no me. Okay. Midglead. Word Midglead. Link URL Vortile 1. Midgleader Zaken 2. Word Boom Fertnel. Gein Rift, really. Okay. 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 Das kann man nur mit der Sniper machen. Die Patrone zu klein ist. Weil die Patrone ist nicht... Die Patrone ist... Warte. So ein kleines Stück. Und du bist so groß. Warte. Warte. Nein. Warte. 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 Dokde. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Einzige, was er gemacht hat, ist da einfach nur zu chillen. Ach, was machst du? Du denkst, ich hab so wenig Leben. Das ist mein Minigun. Und hier meine Boki-Baum. Jetzt wieder Minigun. Nein. Denkst du echt, du trickst dich so leicht aus? Ich trick's dich gleich. Ja, was bist du für ein Stink? Bist du ein Stinker? Das ergibt nicht, oder? Der Stinker. Nach Taktik. Jetzt geht da wieder von da. Ey, du, der ist so kacke. Ich hab dich gefunden, da an der Ecke. Warum so wenig Schaden? Epic Games Error. Und jetzt ist schon wieder Leben gewesen. Warum bist du so schlecht? Jede Sekunde einfach nur Leben geben. Und die ganze Zeit nur ballern. Mit der schlimmsten Waffe. Jetzt zeige ich's dir. Kackspieler. Hat einfach nur genervt. Leben gegönnt. Leben schaden bekommen. Sich in Häusern verkennt. Der war ein Nichts. Ein gar Nichts. Und schafft irgendwie etwas, weil er sich im Haus die ganze Zeit hat. verkämmt. Und so. Also, der war nicht gut. Er war okay, aber nicht gut. Irgendwann kämpft man so viel, dass man das nicht mehr kann. Und dann man trinkt, wenn jemand dir mit der Minigun ins Gesicht schießen will. Und dann kann man ihn zu werden. Aber es geht, wie ich gebe Sie. Und dann kann man das nicht mehr. Aber es geht, wie es dir so weit ist. Ein gar nicht. Vorhin hat sich ein Chak-Chak getrunken, also bekommen aus seiner Truhe. Und jetzt, jetzt öffne ich meinen Loot-Shop und finde noch ein... Warum snipet ihr so viel? So welche Sniper heiß? Wir können mit Sniper so viel anfangen. Sniper ist nicht die Waffe des Lebens. Bessere Waffen sind Shotgun und sowas. Und nicht dieses Schrott, den der Typ hatte. Immer Sniper, Sniper, Sniper. Als wäre das eine Waffe, die sie die ganze Zeit haben, die sie nie... Na, was machen wir? Jetzt, 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 jetzt bin ich im Sandwich. Ich muss hier gleich runter, wenn ich den Jäger getrunken habe. Die kämpfen gerade. Zum Glück haben die einen Lounge-Pads. Ich hab ja auch schon so einen Lounge-Pads. Und hab auch Gliders. Deswegen kann ich hier runter. Weil es gibt den Bug mit diesen Ringen. Deswegen benutze ich sie nicht mehr. Also benutze ich nur noch Hängegleiter und sowas. Benutze die Ringe nicht mehr. Die führen einfach einen zum Tod. Weil die manchmal buggen. Du fliegst, gehst drauf, wenn keine Luft kommt drauf. Schüss. Nötig baut, dass ich jetzt gerade so weit in den Himmel. Eure, die Nomen. Eure, die Nomen. So, ach, kühl schon. I hate Sniper, Leute. Ich hab vier Jump-Pads. Ich hab alles nur von Gegnern bekommen. Und ich brauche keinen Rift. Hallo. Hallo. Damit es sich auch gut sprachlich anhört, Da könnt ihr die Sachen auf Englisch ausschreiben. Nach wo anders gelandet. Das noch. Das war's. Ich weiß nicht ob's heute kommt. Und bitte keine Nachrichten mehr schreiben. Musst mich jetzt konzentrieren. Ich hab und ich brauch keine Nachrichten. Irgendwiss aber ein bisschen lost. Hat aber Headcanon-Aim. Aber trotzdem, you're lost. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr wisst-